Das hier ist der Harald, das hier ist der Peter und wir drücken unserem VfB die Daumen und wir freuen uns tierisch auf den neuen Saison. Das Verhalten hat am Ende. Auf zum ersten Heimsee! Ja, wir drücken dem VfB die Daumen! Daumen hoch! Ole, ole, VfB, auf geht's! Ihr müsst kämpfen! Die Saison startet, die Jungs aus Cannstatt und wir von 1893 stehen hinter Heu. Ein Leben lang der VfB, 1893!